Hallo zusammen. Die Vorfreude steht ihr ins Gesicht geschrieben. Staatsbesuch auf höchstem Niveau. Hinzu kommt, dass Angela Merkel nicht verborgen geblieben sein wird. Dass Joe Biden ein Gentleman in Perfektion ist und auch darauf wird sie sich gefreut haben. Das zarte Gelb der Bundesuniform der Bundeskanzlerin wird ein weiteres getan haben. Joe Biden war sicherlich beeindruckt, denn er überschüttete unsere Kanzlerin öffentlich mit Komplimenten. Was er ihr auf seine spezielle Art so noch ins Ohr geflüstert hat, das wissen wir natürlich nicht. Aber die öffentlichen Komplimente waren absolut beeindruckend. So sagte er ihr, ihre Politik hätte historischen Charakter. Ja, Mr. Biden, da sind wir bei Ihnen. Das finden wir auch. Auch in welche Richtung historisch, da dürften sich unsere Einschätzungen aber ein wenig voneinander unterscheiden. Und das zweite Kompliment, das er ihr machte, war ganz im Zeichen der Gender-Diskussion und der Gender-Agenda. Sie wäre die erste weibliche Bundeskanzlerin. Und das schätzte er auch als eine enorme Leistung ein. Nun, Mr. Biden, wir können Ihnen sagen, es gibt natürlich keine männlichen Bundeskanzlerinnen oder keine weiblichen Bundeskanzler. Aber bei diesem ganzen Gendersprech, da kann man ja schon mal durcheinander kommen und etwas verwirrt sein. Verwirrt ist man ja öfter mal im Leben. Mit weiteren Details wollen wir euch nicht langweilen. Das ist ja vielleicht auch so, dass sich da jeder selbst informieren kann. Eins bleibt allerdings noch zu sagen, das Gelb der Bundesuniform drückt wohl eine gewisse Sympathie mit der chinesischen Regierung aus. Und man munkelt ja auch, dass Joe Biden auch da eine gewisse Vorliebe pflegt und hegt. Aber das wissen wir natürlich auch nicht so genau. Auch im Inland wollen wir mal auf ein Gemunkel und auf Gerüchte eingehen. Wir wissen ja, dass Markus Söders Gattin ordentlich im Masken-Business vertreten ist und da die eine oder andere Mark verdient haben wird. Nun trifft es allerdings auch die Freien Wähler von Herrn Aiwanger. Dort soll es auch jemanden geben, der irgendwie mit Masken Geld verdient hat. Vielleicht nicht auf ganz korrekte Art und Weise. Vielleicht auch einige Interessenkonflikte. Da werden wir in den nächsten Tagen sicher dann, wenn daran was ist, noch mehr erfahren. Apropos Markus Söders. Markus Söders beste Männerfreundschaft mit Sebastian Kurz ist wohl im Eimer. Der Ösi Basti hat sich doch erdreistet, seinen Bürgern, also seinen Österreichern, die Wahl zu lassen, wie sie mit den Maßnahmen zur Pandemie umgehen sollen. Er will Restriktionen und Verordnungen, Anordnungen irgendwie aussetzen, abschaffen, wie auch immer. Markus Söder sieht das anders und ist der Meinung, dass das weiter im öffentlichen Interesse gehandhabt werden muss. Tja, wenn es dann ums Eingemachte geht, dann sind Freundschaften schnell mal außer Kraft gesetzt. Zu den Beweggründen von Sebastian Kurz, den Leuten eine freie Entscheidung darüber zu geben, wie sie sich verhalten wollen, können wir auch nur spekulieren. Möglicherweise liegt es daran, dass er Vater werden wird. Möglicherweise kann aber auch sein, dass irgendwelche Parameter, irgendwelche Kriterien, die wir nicht kennen, eine Rolle spielen. Und vielleicht doch alles irgendwie, ja, nach einem gewissen Schema abläuft. Fakt ist, dass Söder und Kurz nicht mehr gleicher Meinung sind. Da scheint es doch gebröselt zu haben. Weiterhin bröckeln könnte es vielleicht auch noch bei anderen Freundschaften zwischen führenden Politikern. Im Augenblick ist ja der Gegenwind schon relativ heftig. Leute, denkt weiter dran, Angst muss nur der haben, der Angst haben will. Geht hinaus, sagt den Leuten, was ihr wisst. Kommt nach Berlin am 1.8. des Demo. Wir müssen zusammenhalten, wir müssen Gesicht zeigen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.